Zuletzt war ich beim Club Das. Das war's. Brekariat und Karat. Mit der Krankartine. Zwei ist der Alltime Banger. Was ist der Punkt? Helmut, Alltime Banger. Aus Hamburg. Das letzte Album Hochkultur. Mit anderen Künstlerinnen zusammengenommen. Lichtblicke? Klartext TV ist die letzte Release 2018. Noch einmal zu. Noch einmal zu. Nein. Wer war das? Mr. F. Das erste Release war BBK1. Shut Your Ma. 2006. Und MC. Das letzte Release war Grime MC. 2019. Alltime Banger Kid. Zwei Finger an den Kopf. New Banger. People. Featuring Melche Bleich. Melche Bleich. LSD. Kennt ihr LSD? 1150. 1150 ist Origin. Was? Therapie vor dem Album 2008. Er kommt aus der Leopold Stadt. Haarschgiftspritze 2009. War das erste Release. Mono Brother. Mono Brother. Ich gebe dir einen Punkt. Bianco. Der große Hit. Cabrio. Letzte Album. Malibu. Alltime Banger. Tag ein Tag aus. Ist ein neuer Hit. Ich verwirre Sie nur. Ich verwirre Sie bitte. Je vor mehris mich an. Zu spät! Geke. Geke. Jetzt haben wir Bewillig.